Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 4. Dezember. Ich möchte mit euch über die Wäsche meiner Familie sprechen, über die Waschmaschine, die wir tagtäglich benutzen und diesen kleinen Adapterstecker. Also hauptsächlich über diesen kleinen Laundryfy Adapterstecker. Das ist eine WiFi-smarte Steckdose, ein Zwischenstecker. Da kommt die Waschmaschine auf der einen Seite rein und dann kommt der ganz normal an den Strom. Und was der macht ist, der schickt euch Benachrichtigungen, wenn eure Wäsche fertig ist, wenn die fertig gewaschen ist. Und er schreibt euch in die App, wie viel das gekostet hat, dieser aktuelle Waschvorgang, wie teuer der euch zu stehen kommt. Er rechnet es nicht direkt in Eurobetrag um. Das will ich zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht auch gar nicht wissen so unbedingt. Wir haben im Moment Nachtstrom günstiger, also der Strom in der Nacht ist günstiger. Deswegen verwende ich die Waschmaschine nachts und da hilft, da helfen diese smarten Benachrichtigungen auf die Uhr und auf das Telefon, weil ich eventuell schon mit den dicken Kopfhörern im Bett liege und dann das Beepen der Waschmaschine nicht höre. Der braucht WiFi, der braucht eine WiFi-Verbindung und dann benachrichtigt er euch. Und er rechnet euch aus, wie viel der aktuelle Waschvorgang gekostet hat. Ein kleiner, smarter Zwischenstecker, den ich ehrlich gesagt in meinem Alltag nicht mehr missen möchte. Nennt sich Laundryfy und wir sehen uns am morgigen 5. Dezember genau an dieser Stelle wieder. Wir sehen uns am nächsten Mal. Wir sehen uns am nächsten Mal.